Ist der Verdienst aus einem Kleingewerbe anrechenbarer Hinzuverdienst auf eine vorgezogene Altersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe wieder eine Anfrage bekommen auf RentenBescheid24.de. Da ging es sinngemäß darum, dass der Anfragende wissen wollte, ob sein Verdienst aus seiner selbstständigen, kleingewerblichen Tätigkeit anrechenbarer Hinzuverdienst auf die Altersrente ist. Wie hoch der Verdienst ist, das hat er mir leider nicht mitgeteilt. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ja, der Verdienst aus einem Kleingewerbe ist anrechenbares Arbeitseinkommen im Sinne der Regelung des § 34 SGB VI. Denn dort ist geregelt, dass Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbares Einkommen als Hinzuverdienst an die Rente angerechnet werden können. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie hoch der Hinzuverdienst im Jahr ist. Ist er unter 6.300 Euro, das ist die Freigrenze, die ab dem 1. Januar 2021 wieder gilt, dann wird er nicht angerechnet. Liegt er darüber, wird er zu bestimmten Prozentzahlen angerechnet. Und bei den Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit, da ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht verwechselt wird, dass es der betriebliche Umsatz ist, der als Maßgabe dafür genommen wird, sondern es ist grundsätzlich das zu versteuernde Einkommen. Das heißt also, ich muss erstmal den Gewinn feststellen aus meiner Tätigkeit. Und wenn ich einen Gewinn habe, gehen ja von dem Gewinn auch nochmal Abzüge ab. Und was dann übrig bleibt, ist das zu versteuernde Einkommen. Und genau dieses zu versteuernde Einkommen ist das Arbeitseinkommen im Sinne einer, auch der kleingewerblichen Tätigkeit. Und deshalb ist grundsätzlich zu sagen, dass die Einkünfte aus einer kleingewerblich selbstständigen Tätigkeit grundsätzlich anrechenbarer Hinzuverdienst auf eine Altersrente sind. Näheres zum Thema Hinzuverdienst und Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.